Hallo? Guten Morgen, Uma. Wo bin ich? Du bist im Paradies, wo sonst? Wo sind wir hier? Das ist eine Chance für dich, Uma. Wenn du deinen Platz annehmen würdest, legen die besten Jahre vor dir. Unsere Familien haben uns hierher geschickt, um uns nach ihrer Idee zu formen. Du bist jetzt in unserer schönen neuen Welt. Es geht um deine Geschichte. Wer du wirklich bist. Du musst dich nicht ändern, Uma. Es gibt immer einen Weg, um zu bekommen, was man will. Ich werde hier verschwinden. Sie lassen uns schlafen, als wären wir tot. Wieso bin ich hier ab? Als hätte dieses Männchen nie existiert. Ich habe versprochen, ich finde dich. Wenn du mich noch einmal berührst. ich bin ein fokus. Ich bin frei. Ich bin frei. Untertitelung des ZDF, 2020